Windows 10 ARM habe ich bereits seit August dieses Jahres bei mir im Test. Seit der IFA 2018 in Berlin ist das Lenovo MiG 630 mein täglicher Begleiter. Im Laufe der Wochen und Monate habe ich das 12,3 Zoll Tablet mit dem Snapdragon 835 Prozessor, naja, mögen gelernt. Bevor ich euch Photoshop auf dem ARM Tablet zeige, möchte ich aber ein kleines bisschen zu meiner Nutzung sagen. Ich nutze das MiG 630 als mein einziges mobiles Gerät, also praktisch ersetzt es meinen Laptop. Es läuft mit dem Windows 10 Oktober 2018 Update, wo Edge echt verbessert wurde und er ist einfach schneller und vor allem ressourcenschonender als ein emulierter Chrome Browser. Ich arbeite aktuell an einer sehr ausführlichen Testreihe, wo ich euch meine Erfahrungen mit Windows 10 ARM sehr genau schildern werde. Dem will ich aber auch aus eigener Neugier etwas vorgreifen. Wie läuft denn Photoshop auf Windows 10 ARM? Direkt nach der Installation der Creative Cloud musste ich feststellen, dass die neuen Creative Cloud Versionen von Premiere Pro und Lightroom nicht installiert werden können. Die Emulation für x86 Programme unterstützt nämlich nur 32-Bit-Anwendungen. Die aktuellste Photoshop-Version lässt sich auch nicht installieren, aber man bekommt immerhin die Creative Cloud 2018 Version. Und damit fangen wir auch gleich an. Photoshop benötigt unter Windows 10 ARM knapp 47 Sekunden, um zu starten. Nur damit ihr in das Menü kommt, von wo aus ihr die zuletzt bearbeiteten Dokumente öffnen oder ein neues Bild erstellen könnt. Das ist schon verdammt lange und verheißt eigentlich nichts Gutes. Photoshop startet auf mobiler Midrange- bis High-End-Hardware in der Regel in weniger als 15 Sekunden. Mit etwas mehr Geschick als ich kann man in der Zeit sogar einen Kamin anmachen. Hey Kamin, was geht ab? Nette Party, oder? Oh Mann, das ist nicht wohl. Wenn es läuft, dann läuft es auch, kann man sagen. Und auf entsprechend schwacher Hardware auch so, wie man es erwartet. Erstmal suchte ich mir ein hochauflösendes Bild aus OneDrive raus und wollte da einfach ein Motiv ausschneiden. Sobald ich allerdings mit dem Markieren begann, ist Photoshop abgestürzt. Das Programm warnte auch beim Start, dass man keine 3D-Arbeiten oder ähnliches durchführen kann, weil weniger als 512 MB V-RAM erkannt werden. Photoshop läuft immerhin als emuliertes Desktop-Programm unter Windows 10 ARM, das sollte man schließlich auch bedenken. Nach dem Neustart ging ich dann eine etwas weniger anspruchsvolle Arbeit an. Ich habe versucht, ein Thumbnail für dieses Video hier zu erstellen. Erstmal habe ich mir ein Screenshot von Photoshop beim Starten erstellt und dann dieses schöne Foto vom Lenovo MiX 630 geöffnet, das ich noch am Desktop rumliegen hatte. Das Bild habe ich auch mit der Spiegelreflexkamera aufgenommen und es löst ebenfalls ziemlich hoch auf. Das Problem ist, dass es doch etwas zu dunkel ist, also habe ich zu Beginn erstmal die Helligkeit erhöht und den Kontrast reduziert. Das ist auch erstmal gar kein Problem für das dünne Tablet. Die anspruchsvollste Aufgabe war dann, den Screenshot möglichst realistisch auf das Display des Tablets zu platzieren. Von der Performance her war das gar nicht so ein großes Problem. Das Scroll in Photoshop mit Touchpads ist aber nicht gerade flott und vor allem das hat mich in der Bearbeitung ziemlich gebremst. Ansonsten muss ich sagen, dass mich das Tablet mit dem Snapdragon 835 Prozessor hier echt positiv überrascht hat. Das Verformen des Bildes funktioniert wirklich gut und das Touchpad des MiX 630 ist auch genug präzise für diese Arbeit. Klar ist das keine wirklich anspruchsvolle Aufgabe und für jemanden, der regelmäßig Fotos bearbeitet, retuschiert oder Effekte erstellt, ist das natürlich zu schwach. Aber ich komme gerade darauf, dass ich meine Arbeit als Windows Area DE Redakteur praktisch vollständig auf Windows 10 ARM verlegen könnte. Viel mehr als Bilder verkleinern und Watermarks hinzufügen mache ich regelmäßig ja nicht. Und ich denke auch, dass es vielen Nutzern ähnlich gehen wird. Im Endeffekt kann ich sagen, dass das Resultat durchaus akzeptabel ist. Da würde ja nie jemand drauf kommen, dass der Displayinhalt fake ist. Danach musste ich nur noch die Schrift hinzufügen und ich holte mir ein paar Logos aus Google. Auch das gelang gänzlich ohne Probleme. Man merkt zwar beim Verschieben der Logos und Schriften, dass es gelegentlich ganz leicht hängt, aber das wäre für mich im Alltag auch gar kein Problem. Diesen Abstrich kann ich im Kauf nehmen. Auch das Kopieren von Ebenen geht ganz schnell und sogar Effekte und Filter kann man recht einfach hinzufügen. Der gaussische Weichzeichner wird auch echt schnell angewendet, wenn auch das Bild hier nicht wirklich hochauflösend ist. YouTube Thumbnails sind idealerweise in HD-Auflösung gehalten. Und ja, nach 15 Minuten Arbeit war der Thumbnail auch fertig und ich konnte problemlos exportieren. Also, wenn die Frage lautet, läuft Photoshop auf Windows 10 ARM, dann kann man die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Ich kann kopieren und einfügen, kleinere Effekte hinzufügen, die Belichtung korrigieren, Schrift- und Watermarks drauflegen und sogar Bilder verformen. Ich kann keine komplexeren Arbeiten erledigen, wo ich Motive maskieren oder ausschneiden muss. Ich kann überhaupt nicht mit 3D arbeiten und generell aufwendigere Aufgaben in Photoshop erledigen. Wenn man sich auf die Basics beschränkt und dafür vielleicht ein weniger anspruchsvolles Programm findet, kann auch leichtere Bildbearbeitung unter Windows 10 ARM möglich gemacht werden. Gimp zum Beispiel startet in weniger als 25 Sekunden. Immerhin. Während also die Startzeit von mehr als 40 Sekunden natürlich extrem lang ist, kann man schlussendlich sagen, dass der Ruf von Windows 10 ARM vielleicht noch etwas schlechter ist als das System selbst. Ich denke, dass echt viele Nutzer mit Windows 10 ARM sehr zufrieden sein könnten. Mir selbst hat dieser Photoshop-Test gezeigt, dass ich dank der Emulation im Notfall auch mein Windows 10 ARM Tablet auspacken kann, um notwendige Bildbearbeitung schnell zu erledigen. Ich bin echt positiv überrascht und hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Photoshop zumindest so läuft und auch halbwegs nutzbar ist. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch ebenfalls ein paar neue Einblicke zu Windows 10 ARM gegeben hat. Und wenn ja, dann würden wir uns auf jeden Fall über ein Abo freuen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.